Das Lego-A-Disney-Set Dornröschens Märchenschloss enthält ein einfach zu bauendes Modell und eignet sich perfekt, um deine Lieblingsmomente aus dem Disney-Film Dornröschen nachzustellen. In dem Schloss gibt es ein Schlafgemach, ein Spinnrad, einen Schminktisch und eine besondere Geburtstagstorte. Das Versteck der bösen Malefiz sorgt für besondere Spannung und Action in den Rollenspielen. Nutze den modularen Aufbau dieses Unterhaltungsspielzeugs, um kreativ zu werden und die einzelnen Module in dem Modell zu verschieben und auszutauschen. Du kannst die einzelnen Räume und Gemäche in dem Schloss völlig anders zusammenstellen oder mit anderen passenden Lego-A-Disney-Sets kombinieren, um deine eigenen Traum-Modelle zu erschaffen. Enthält zwei Spielfiguren sowie Sonnenschön und das Häschen als weitere Figuren. Untertitelung des ZDF, 2020